Servus meine lieben Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Multi Sunshine 100 hat in der letzten Folge gemutmaßt. Hallo, da kommt sie gerade. Wenn's drauf ankommt, macht ihr ja euren Job. Oh yeah. Ähm, dass der Panzer außer Kontrolle geraten ist und deswegen uns angegriffen hat. Ich mutmaße ja, dass Selfie und ihr Trupp falschrum drin gesessen hat und sich wunderten, dass sie die Galbadiana vor sich nicht treffen. Doch jetzt kümmern wir uns mal darum, dass die hier was zu ordentliches zu essen kriegen. Wie lange wollt ihr denn bleiben? Fühlt euch wie zu Hause. Es wird langsam Zeit, dass ich meine Warenkünste zeige. Oh, ich komm grad vom Sport. Und hopp. Und ich hab grad an meinem großen Zeh in meinem linken Fuß gezogen und das war nicht gut. Glaub nicht, dass du das ewig mit mir treiben kannst. Ho, 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 moriden. Nee, das heißt aber Hämoriden. Wie? Ich meine, wo er sich hingepackt hat, äh, da scheint keine Sonne mehr. Platsch. Ich meine, platsch. Wow, 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 wow. Habt ihr gesehen? Wow. Ich hab's geschafft. Jeha. Jetzt kann ich endlich zu meinem Meister. Äh? Zu meinem Meister. Nork. Ups. Was? Sag dem Meister Bescheid. Ich meine, dem Meister. Das ist ja auch mal interessant. Mein Hintern ist noch dran. Sag dem Meister Bescheid. Ja, 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 ja. Ich bin der Laufbursche. Kannst du eine Angel nicht zu ihm hinwerfen und ihm irgendwie mal hier rüber holen? Aber nein, dürfen wir den ganzen Weg zurücklaufen? Und am Ende, es ist so eine Sidequest, wo man hin und her, folgend schwer, ganz Zeit rumlaufen darf. Und was passiert? Nö, also nicht viel. Quasi. Wieder eine Lösung durch Gewalt. Oh ja, und sie hat uns gut getan. Und euch auch. Oder hättet ihr lieber verbrennen sollen, ne? Da ist die Petition zum Verbrennen gewesen. Per Mail. Mit dem Lift nach oben fahren. Alles? Alles klar. Okay. Steig ein. Oh ja. Der hat... Ab geht die Post. Es ist zwar ein Bloodborne-Kommentar, den ich gerade gesehen habe, aber Denzel Wenzel hat mich informiert. Hey, Bernd. Auf iOS... Äh, Quatsch, nicht iOS. Wie heißt das? Auf Steam. Da erscheint jetzt bald Final Fantasy VI. mit den hässlichsten hochaufgelösten Sprites ever. Also, es ist schon eine Kunst, dass die hochaufgelösten Dinger viel, viel schlimmer aussehen als die charismatischen Sprites aus der Super Nintendo oder der GBA-Fassung. Das muss man erstmal hinkriegen. Naja. Direktur Silt hat das OK-Sign gegeben. Äh, der Reparatur-Troop is now in the Garden. Verstanden. Glaube ich. Bei deinem Dinglisch. Ach, yes? Äh, was ist? Hm. Ich, ähm... The people from FH, äh, FH, yo, are doch alle hochqualified. Ich hab etwas, was ich, äh, repaired haben möchte. Aber es in Ordnung ist, wenn ich sie mal aske. Ähm, wenn die Arbeiten am Garten nicht in Verzug geraten, warum nicht? Aber treib's nicht, okay? Na klar, mach ich natürlich, I mean, natürlich nicht. Okay, schön, dass du... Ich find's toll, der hat wohl eine Genickstarre oder sowas. Das ist ja andauernd irgendwie in die andere Richtung guckt. So, jetzt dürfen wir den ganzen Scheißweg wieder zurück zu dem alten Mann wieder voranwegtraben. Macht ja so viel Spaß, diese Leitern so langsam zu klettern und irgendwie den Hintern von Irvine im Gesicht zu haben, während wir das tun. Und... Jawohl, Mr. Squall. Hm, 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 hm. Ja, wie sieht's aus? Vielleicht, ähm, naja. Das Mitrenor ist, ist ja schon so eine Sache. Es ist, keine Ahnung. Ich wär ja sowas von heilfroh, wenn meine Kameraden wieder das überlebt hätten, wo man sich für so lange quasi tot geglaubt hat, ne? Und dann, ach, sie ist wieder da. Und jetzt haut ab, ich will allein sein. Mehr oder weniger. Durch die Blume gesprochen, möchte ich sagen. Hm, na? Du bist von meinem Gesellen beauftragt worden, oder? Ja, er macht Sachen, was? Ein lustiger Junge. Dann nimmst du dich wohl auf den Arm. Ich glaube eher, das ist Husten, eine Krankheit und nicht Gewohnheit. Was ist so lustig daran? Es ist nur, du bist doch einer, der es hasst, wenn sich jemand in deine Angelegenheiten mischt. Ja, gut möglich. Verdammt, er hat recht. Aber trotzdem, nein, Entschuldigung, ich nehme dich sicher nicht auf den Arm. Das Kind hat viel Talent. Na, wenn das so ist, dann viel Glück. Los gehen wir, da hat sich ja voll gelohnt. Moment noch! Schenkst du mir ein wenig von deiner Zeit, bevor du nach Ballam zurückgehst? Du gefällst diesem alten Mann. Wenn du noch etwas Zeit hast, dann komm doch in das Sex, ich meine in das Übernachtungshotel. Was hast du vor? Eine Predigt halten! Oh Gott, ein alter angelnder Katholik und Squall ist sein Katholiken-Messdiener-Boy. Alte Opas mögen sowas, nicht? Haha! Entschuldige, wenn ich das Thema wechsle, aber bald wird hier der Teufel los sein, wenn die Polizei hinter mir her ist, wenn ich mit ihr fertig bin. Ich möchte mich in Sicherheit bringen. Nun, den Rest überlasse ich euch. Was? Okay, und im Hotel bist du sicher, oder was? Nun, erklär mir das mal, wie du schneller da sein willst, als ich. Den Rest überlasse ich immer noch euch. Okay, also, wir haben nur ein Hotel. Wir haben diesem Hotel das Pornomagazin schon gelesen, Gott sei Dank, bevor ihr auch noch auf irgendwie Gedanken kommt. Kamasutra Teil 15 oder sowas. Ich sehe euch dann wieder, wenn ich zum Hotel gegangen bin. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder, auf dem Weg nach unten. Da zählt ihr hier seit passiert vieles. Zum Beispiel, dass ich schon fast wieder nüchtern geworden bin. So, gute Frau, wenn du von oben irgendwelche seltsamen Geräusche hörst, die da nicht reinpassen, dann bitte die Polizei rufen. Haha! Ihr seid also gekommen. Danke, ich schulde euch was. Du wolltest mich sprechen? Naja, ich wollte dir was zeigen. Nämlich meine richtige Angel. Ja. Hier ist es. Oh, es ist seine frühere Zeit als katholischer Priester. Eine alte Aufzeichnung von Job. Achso, der war Priester, oder was? Warum haltet ihr an Gewalt fest? Auch wenn ihr das sagt. Wieso haben die Hologramme, die in der Luft schweben können? Es ist derjenige, der ist, damit Leib und Seele verändern wollte. Das kann doch. Das darf doch nicht die Wahrheit sein, dass ein Mensch, der sich immer anständig aufgeführt hat, der immer anständig und ehrlich durchs Leben, den er mal einen Strafzettel bekommen ist, dass man den mit einem Lesingvertrag gekürzt abschaltet. Nicht die Wahrheit sein. Ist da jemals davon gehört? Der Hyperstaat, der am Ende dieser Schienen liegt. Einen Moment. Hör zu, was ich zu sagen habe. Oh, ich habe keine Kniescheiben mehr. Wie du vielleicht weißt, sind viele in FH ehemalige Handwerker aus Ester. Ester war eine blühende Stadt. Die Handwerker waren voller Energie. Und fertig war die Ramrod Infanterie. Aber bald wurde die Technik zu militärischen Zwecken missbraucht. Um dem entgegenzusteuern, hat Dope alles versucht. Ohne Erfolg. Er sagte jemand, wenn nicht die Nächste, sollten wir woanders unser Ziel errichten. Für einen Handwerker ist das Errichten wesentlich. Er fand viele Anhänger und so errichteten sie FH. Dope wollte alles durch Gespräche klären. Er sagte, wenn wir weggehen, löst es das nicht die Probleme. Das Ergebnis war, nun, wie du siehst, sind wir jetzt hier. Deswegen hält er daran fest. Er will alles durch Gespräche klären. Darin sieht er seinen ganzen Stolz. Niemand wird ihn deswegen kritisieren. Das ist ja mal Charakterentwicklung hier. Aber am Schluss hat er begriffen. Er hat uns alle geführt. Die Zeit verging. Ester und FH haben sich gewandelt. Aber wir können stolz auf unsere Stadt sein. Wir müssen uns nicht verstecken. Aber es ist auch nichts Weltbewegendes. Das eben war meine Predigt. Wollt ihr nicht noch bleiben? Warum nicht? Es ist gerade so gemütlich hier. Ihr seid jung, aber gesellig. Dann kommt mal mit. Kommt einfach mit. Und was ist das? Das ist doch so Stromverbrauch hier. Kann man den nicht wegmachen? Die schreckt sich doch. Das kennen die. Na gut, die kennen das doch. Ja, aber ein Geist. So haben die Geisterjäger das also früher gemacht. Fisherman's Horizon ist keinesfalls eine Illusion. Das muss man mal sagen. Es ist jetzt vielleicht nicht das Umschweifendste. Eine Hintergrundstory für jemanden. Aber es ist mal Hintergrundstory für jemanden. Und das ist interessanter als das, was die Hauptcharaktere hier zu bieten haben. Puh, das war anstrengend. Äh, Uah? Ich meine, Uah? Der ist bestimmt reich. Lange nicht gesehen. Was treibst du hier? Ach so. Lange nicht gesehen. Was treibst du hier? Wenn ich zu lange weg bin, denken alle, ich wäre tot. Aber du bringst noch mal das Räume aus diesen Knochen raus. Hey. Hey, Alter. Ein schlechter Moment. Wenn man jeden Tag trinken kann, heißt das, man gesund ist zumindest noch. Ha, ha. Man kann es auch übertreiben. Schön, dass es dir gut geht. Ha, ha. Das war dann mal die echte Lache. Der macht es sich wirklich gemütlich mit ihr. Wir sehen uns gleich im Hotel. Wie jeden Abend. Oder? Ihr gebt ja ein gutes Bild ab. Das hoffe ich doch. Lass mich mal vorbei. Oh, ihr Hintern zieht mich magnetisch an. Wieso komm? Ich komm wirklich. Hey, Fräulein. Ah. Verstehe. So laufen nun mal die Dinge. Ja, aber lange nicht gesehen, Alter. Es waren also doch nicht so viele. Was? Nimm es nicht so schwer. Verstanden. Warst nicht so viele? Das ist aber nicht so viele. Ich habe es gerade nicht kapiert. Aber ich war es gerade auch nicht auf der Höhe mit meinem Gedanken. Hä? Hä? Oh. Da ist ja eine Leine dran. Der Meister. Du kommst nur selten hierher. Ist was passiert? Ich möchte euch einen Freund vorstellen. Das hier ist mein alter Freund und Kollege. Er betreibt einen Schub. Oder besser gesagt, einen Trümmerhaufen. Diesen da. Was sollte denn das rote Dreieck da sein? Achtung, Achtung, Vorfahrtwaren oder was? Das da drüben ist eine Rotzenasse. Auch berühmt als das Ärgernis von FH. Okay. Sagt doch nicht sowas. Sagt doch nicht sowas. Er hat mich nur fast erwirkt. Er ist gemein und hilfertig. Still, Hals, Maul! Der Alte hier ist bekannt als ein Herumtreiber. Dieses Mal haben wir aber gewonnen. Denkste? Ho, ho, ho! Was denn? Kein Applaus? Macht dieser Dialog in irgendeiner Form gerade Sinn? Oder bin ich noch nicht auf die entsprechenden Umdrehungen in alkoholischer Weise getrimmt? Der Alte hier war immer ein hochqualifizierter Handwerker. Man nannte ihn Centurio. Centurio? Ein berüchtigter Starkopf, der 100 Handwerker unter sich hatte. Ich war auch einer von denen. Was? Ihr wisst nicht mal das? Ursprünglich wurde FH nach den Worten des Meisters benannt. Er kannte also nur zwei Buchstaben. Wenn wir unser Ziel in Eastern nicht erreichen, müssen wir es errichten. Und darin sind wir ja Experten. Die Schlagwörter waren Fischer und Horizont. So landen wir den Ort Fisherman's Horizon, weil es im Wörterbuch so drin stand. So war es damals. Good old times. Hey, Meister! Du bist ein guter Mensch, aber du redest viel zu viel. Ho, ho, ho! Weil ich ja noch gesund bin. Wie ihr seht, ich bin ziemlich starrköpfig. Warum Fischer und Horizont? Hm. Hat das besondere Gründe? Nun, weil niemand Einwände hatte. Toll! Damals dachte ich, dass jeder sagen würde, was redest du für ein Schwachsinn? Sag bloß, du dachtest dir damals nichts dabei. Puh! Nun, der Name klingt doch gut. Na ja, die Handwerker und der andere Zenturio und der Bahnhofsvorsteher haben zugestimmt. Ja, ich weiß. Hey, ist doch jetzt egal. Hauptsache, es kam was dabei raus. Ein Glück, dass es geklappt hat. Meinst du? Wir dachten und bauten Waffen. Denken, allein ist nicht alles. Was? Okay. Du bist klug für dein Alter. Na ja, du bist ja auch mein Geselle. Was? Geselle? Seit wann das denn? Ach ja, ich hab nur eine Bitte. Erzählt es nicht dem Bahnhofsvorsteher. Ist schon gut. Ich dachte schon, dass ich sein Gebüß nicht ins Wasser werfen soll, sondern ins Glas packe. Neben dem Kopf von Al Bundy. Nun, ich muss jetzt gehen. Ich werde abgeholt. Was ist mit euch? Äh, danke, aber wir kommen alleine zurecht. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Hier ein Abschiedsgeschenk. Ein Final Elixier. Final Elixier. Wie auch immer. Genau dafür haben wir den ganzen Krams gemacht. Bis dann. Und weg. Ernie, du warst Luba. Tschüsschen, Lutten. Oh, mir brennt der Sack. Ich glaube, ich geh pen. Mann, der ist aber gut zu Fuß. Der weiß eben, was ihn erwartet. Mucku, Mucku. Und ich zieh mir eh mal die neuen Shells raus. Na, was sagst du jetzt? Nun, Geschäft ist Geschäft. Ist mir egal. So. Mit den Adamantiten kann ich bald was Schönes machen. Konzentration, Konzentration. Und dann kommt auch bald der Finale Lohn. Ja, es ist nicht toll, eine ganze Folge durch meine inbrünstige Weise zu synchronisieren. Quasi eine Folge für eine solche Nebenquest mal mitgemacht. Naja, nicht ganz. Wir haben nämlich noch was Zweites hier zu erledigen. Weil ich nicht recht irre, aber dafür brauchen wir den guten Irvine in der Truppe. Los, repariere es schon. Für dich ist es doch ein Kinderspiel. Na? Nur hör auf, dir mit den Sachen da rumzufummeln mit den Händen. Hör auf, an ihm da rumzufummeln. Na gut, da wirst du glaube ich intervenieren, glaube ich. Was tust du da? Schnauze! Boah, Seals! Hm, die haben wir noch nie gewonnen. Ich bitte ihn, den Ironclad zu reparieren, den ihr kurz und klein geschlagen habt. Will er angeben, oder was? Äh, eigentlich nicht, nein. Glaub bloß nicht, also kommst du leicht davon, hä? Hört sich ziemlich großkotzig an. Das kann ich nicht durchgehen lassen. Ich muss ihn vertrimmen, vertrimmen, vertrimmen. Hey, aufhören, zieh Leine. Was? Okay, machen wir es aus. Ich bin Karate-Experte, ich schlag euch zusammen. Wie, er kommt her. Versteht ihr, Karate ist ohne Gebrüll wirkungslos. Lasst ihn brüllen, bis er die Stimme verliert und dann holt euch den Typ. Wir gehen nach draußen. Okay, gehen wir nach draußen. Komm, vor die Tür, vor die Tür. Du schießt ihn von hinten ab, während ich ihn ablenke mit meiner Gunblade und sowas. Hm, nach draußen? Wo ist er denn? Habt ihr gesehen, dass er rausgekommen ist? Ich nicht. Boah, der muss sich wegteleportiert haben, oder er hat sich als Goomba verkleidet? Oder hat mir gerade, äh, quasi, äh, Schutzgeld gegeben? Ne, er ist aus dem Fenster getürmt. Zwei gegen eins ist unfair, hat er gemeint. Wir verschwinden durchs Fenster, sonst pöbel uns die Masse an, Commissioner. Pöbeln? Im Polizeipräsidium? Blumenkinder denken, wir sind zu cool, Mann, und wir provozieren sie. Ich denke, bitte nimm das mit. Und wir kriegen einen Megaphönix für die ganze Sache, sonst kommen wir jetzt halt wieder. Ha! Hat der uns das letzte Mal nicht noch irgendwie beleidigt? Naja, das war's dann, ah, quasi auch aus dieser Folge von Let's Play Final Fantasy 8. Und beim nächsten Mal werden wir mal feststellen, wo hier die Musik wirklich spielt. Doch wo wird es sein? Auf der Bühne? Beim Major? Von und zu hier Brückenbauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ciao. Ciao.